Ich weiß nicht, wie wir hier weiterkommen. Die Viecher finden uns irgendwie immer. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt die Tore aufmachen kann. Das ist doch alles irgendwie ein bisschen blöde hier gerade. Ohne Map brauchen wir da dringend gar nicht rumlaufen. Gehen wir lieber mal wieder zurück. Einfach immer links rum, haben wir gesagt. Hoffentlich finden wir da wieder nach draußen. Dann schauen wir uns. Alter, das Geräusch, das ist so widerlich. Obwohl ich jetzt keine Angst vor einer Furzwolke habe, aber... Okay, mach's da. Na, so jetzt. Na, so jetzt. Ich will hier bloß raus. Und da wir immer links rum gelaufen sind, kommen wir da auch irgendwann raus. Echt jetzt? Wir kamen doch von da, oder? Ich finde hier nie wieder raus. Ah, das war die Tür. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir in die reingekommen sind. Anders kann ich dir das gar nicht vorstellen. Ja, super. Weißt du was? Wir stehen einfach mal auf. Vielleicht kommen wir ja wieder im Hauptraum raus. Wenn wir uns wieder ins Bett legen. Und dann untersuchen wir mal die andere Seite der Map. Da war man nämlich auch noch nicht. Ich bin sicher, dass es mehr Küben gibt, wenn ich hier komme. Was können wir denn in den Katakomben überhaupt machen? Nicht viel, oder? Ich hätte mir vielleicht nochmal die Zettel durchlesen sollen mit dem Programm. Naja, wir haben Zeit. Das können wir immer noch machen. Erstmal ein bisschen erkunden jetzt. Och, nö. Na dann. Dr. Mason. So. Terminal Controls. Wo ist das Terminal? Vielleicht mal Login? Okay. Containment Test. Wieso funktioniert das nicht? Kann ich das auch machen? Das kann ja nicht sein. So. Send Light. Hier geht gar nichts. Ich kann mich nicht mal ausloggen. Das ist ja super. Das ist ja super. Das ist ja ein Move-Pathos. Keine Ahnung. Also erstmal wieder alles schließen hier. Weg, weg, weg. Weg, weg. Wow. Was ist passiert? Das wüsste ich jetzt auch gern. Jetzt schneit es hier, oder was? Oh, wir haben uns. Was ist das Snow? Das so reminds me of, wenn Uncle Ed put that first sheet of blank paper into his timeline, when he started to learn more. He'd always say, each fresh piece of paper is like a new stone, and a new stone, whatever you want it to be. In hopes, a cleanest place, and a new place for new places. It's damn cold, though. Na ja, das war mal, glaube ich, unser Aussichtspunkt hier. Na ja. Muss ich das jetzt verstehen? Na, wir gehen mal rein. Das kann nicht schaden. Wir wollen ja sowieso Sachen rausfinden. Hm, was machen wir hier jetzt? Wir gehen jetzt ins Bett, oder? Was muss ich jetzt tun? Das Telefon klingelt. Was ist denn das Telefon drin? Oh, seit wann sind die zugemauert? Oh, oh. Geh auf deinen Platz. Irgendwie gefällt mir das nicht. Jetzt greift doch jetzt gleich hier was an. Irgendwas zerstört hier gerade unsere Bude. Und eigentlich kommt jetzt wieder der Moment, an dem ich nicht spielen will. Na ja. 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 Hallo, Howard. Ich habe schon gesehen, dass ihr kleine kleine Leben geschieht, als ihr durchschnittlich durchschnittliche Überraschung durchschnittliche Überraschung. Ich meine, was solltet ihr eigentlich von diesen Punktless, Unconscious-Animations? Sie werden nicht einen besseren Person machen. Das ist nur etwas, das niemand wird überhaupt erreichen können. Ich sehe dich jeden Tag, in deinen Traum und in deinen Feeble Attempten-Existens. Du kannst nicht sogar deine eigene Richtung in Leben. Du einfach nur folgen, einfach den einfachen Weg auszudrücken. Du kannst nicht nur etwas, es wird sich nicht mehr so, dass es sich nicht mehr so ist. Du kannst nicht mehr so, dass es sich nicht mehr so ist. Du hast mich tatsächlich geschickt. Du hast mich über das große große Haus, wie du nicht mehr so sein solltet. Was hast du immer geplant, das ist es? Du hast es geplant, weil er es dir geplant ist? Du hast es geplant, weil er es sich für dich verraten ist? You knew you would never make anything of your life and believed that you needed all the help you can get. Because that's all it is, Howard. Pity. He pitied you. How proud you must be. I'm always in here with you, you know. And it's truly sickening. The constant swirl. The fear that's always waiting to slap me in the face with each of your tragic indecisions. Why can't you develop a backbone? Because God knows you need one. It's about time you face up to life, grab hold of it and kick it in the balls. Man up. Get rid of those damn black tubes that are starting to annoy me. They'll never disappear while you're you, Howard. You think it's too late. See, another lazy emotion. You can't even be bothered to try. But I will tell you this. Try it. Wie lange ist denn eigentlich die Anrufbeantworter, äh, Tonaufnahme hier, bitte? I didn't think so. Sprich nach dem Piep. So lange ist der Piep nicht. Na. Na. Ja, komm jetzt. Was mach ich jetzt hier drin? Ja, brich doch das Ringring da unten ab. Okay. Tell euch diesen Texte. What the hell? Who are you? In fact, what are you? And how do you know about my dreams? You know what? Was? Du wirst nichts über mich wissen. Also schlägt von deinem verdammten Pedestal. Es muss kalt sein, mit deinem Kopf in den Wolken. Ich mache für mich selbst Entscheidungen. Ich bin. Ja, ich bin. Und warum nicht mit dem Fluss gehen? Es ist leichter als jeden Tag zu kämpfen. Was ist der Punkt in kämpfen, wenn das Leben dich auf seine eigene Weg führt? Wenn ich dich so viel mit dem, wer ich bin, dann kommst du mir nicht auf meine Gesicht. Siehst du, ich denke, es ist eigentlich du, der soll uns aufhören. Und da hing mal ein Bild oder so. Können wir jetzt mal aufhören, ja. Und ich brauche es. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich brauche es. Vorher wirst du rausgeschmissen. Das ist eine gute Frage. Ich brauche es, Howard. Oh, und eine letzte Sache. Die Träume sind meine Träume. Also zurück und find dein eigenes. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich brauche es. Du hast deine Zeit. Ich brauche es. Ich brauche es.